Ich habe auch mal 8, weiß nicht ob ich jetzt ne Kugel nehmen kann, wenn dann ne innere. Ich nehm R1. B1. Das ist jahr! Sofort! Eisen ab bekommt bitte! Eisen abnehmen! Tja, ist so fast... Da ist so fast! Kann irgendjemand noch wassen? Ne, ich habe keine Chance. Wir haben viel kann wasschen. Guckt auf euren Debuff. Einer ist deactiviert von uns. der brücke aktiviert johannes du musst dich aufheben lasst dir ruhig schon mal ein bisschen drücken L2 nämlich kann da irgendjemand resten jetzt ist es ein Wipe ja ja der Unterdrücker ist auch tot ich kann den Unterdrücker nehmen aber können wir das irgendwie noch schaffen ja mach schnell Digger mach schnell ne das geht nicht überstrahlung nein das ist der letzte, ah 2 noch sind 2 ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß nicht wie viel Zeit mach einfach alle 3 clear die einfach alle 3 weg so schnell du kannst so schnell wie es geht und der Unterdrücker ist in der Mitte Agent liegt links Agent links beim linken vorderen spawn geht so schnell wie möglich du stehst praktisch jetzt unter der Reine und wenn der Blau leuchtet schießt du auf ihm geht so schnell wie möglich in die Mitte und dann ist schnell wie möglich der siehs spawns Naja, da musst du einfach durchrennen, 1-2 Schuss drauf und direkt weiterspringen, ne? Direkt weiterspringen, gar nicht los, stehen bleiben so. Also reicht für dich ein Schuss, kurz stehen bleiben. Du machst so eine dritte Welle, spielst du aus, da siehst du, dass das geklappt hat. Der hört auf, blau zu leuchten. Ach, links? Ja. Das hat keiner mehr. Komm einfach mit, Niklas. Mann, was? L-2. Und die 1. What?